Der Flughafen London Gatwick ist der stressigste Airport der Welt. Das zeigt ein aktuelles Ranking des Portals visaguide.world. Dafür wurden 1600 Flugreisende aus 53 Ländern befragt, die 2023 mindestens zwei internationale Flugreisen unternommen haben. Die am häufigsten genannten Stressfaktoren waren Große und unübersichtliche Flughäfen, überfüllte Flughäfen, Flugverspaltungen und die Entfernung vom Flughafen zum Stadtzentrum. An London Gatwick bemängelten die Befragten vor allem die hohe Passagierdichte und den großen Abstand zur Innenstadt. Auf Rang 2 liegt der Flughafen Istanbul. Er ist extrem weitläufig, was es oft schwer macht, das richtige Gate zu finden. Außerdem liegt er 40 Kilometer weit vom Stadtzentrum entfernt. Auf Platz 3 landet der Flughafen München. Hier waren die Reisenden vor allem von vielen Verspätungen genervt.